Willkommen in Igersheim, mitten im lieblichen Taubertal. Schön, dass Sie da sind. Wir sind eine der ältesten und gleichzeitig innovativsten Gemeinden im Main-Tauber-Kreis. 1090 wurden wir zwar das erste Mal urkundlich erwähnt, aber Archäologen haben sogar Gräber aus der Jungsteinzeit bei uns entdeckt. Obwohl wir über 900 Jahre alt sind, zählen wir noch lange nicht zum alten Eisen. In Igersheim kann jeder seine Gemeinde aktiv mitgestalten. Nicht umsonst sind wir familiengerechte Kommune und werden oftmals als Wohlfühlgemeinde bezeichnet. Wir wohnen gern in Igersheim, weil es hier sieben Kitas gibt. Aber uns sei der Gäste! Weil es hier so coole Hartbetreuer und Lehrer gibt. Weil für Groß bis Klein so viel geboten ist. Weil es hier so schöne Spielplätze gibt. Weil ich in der Musikschule immer etwas Neues lerne. Weil ich in Juki eine coole Zeit verbringen kann. Weil ich mich mit meinen Freunden im Keller treffen kann. Weil ich hier noch Landwirt sein kann und meine Familie und andere versorgen kann. Jetzt sind wir die letzten Jahre schon so viel um Igersheim umgewandert. Wir finden immer noch neue, tolle Wege, oder? Ja! Bis ins hohe Alter kann man in Igersheim das Leben genießen und aktiv sein. Und wenn man mal Hilfe braucht, wird man bestens unterstützt. Igersheim, das sind auch die vielen Freiwilligen in Vereinen, im Bürgernetzwerk oder in den Kirchen. Manche denken, Igersheim wäre nur ein Dorf. Falsch! Bei uns gibt's alles, was man zum Leben braucht. Und manchmal sogar mehr. Ach du schau mal, die Wanderwege, die sind digitalisiert. Kulinarik gehört ebenso dazu wie Kultur. In drei Veranstaltungshallen, dem Jugend- und Kulturzentrum und im Kulturkeller haben wir perfekte Rahmenbedingungen für Konzerte, Theater, Kleinkunst und vieles mehr. Wir freuen uns über alle, die nach Igersheim kommen. Sei es kurzzeitig als Gast oder sei es langfristig als Unternehmer oder als neues Gemeindemitglied. Ja, es ist schön bei uns. Igersheim, unser Lebensmittelbuch! Ja, es ist schön bei uns. 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 Es ist schön bei uns. Untertitelung des ZDF, 2020